Netzwerken ist alles, also Netzwerken ist absolut wichtig und mein großes Vorbild in Sachen Netzwerk, das ist der Mann, der links neben mir steht, einmal kurz schwenkt wieder rüber, jawoll, der Mann heißt bei mir nur Netzwerk, Netti-Netzwerk, weil der kann es richtig. Ich habe mir einiges von dir abgeguckt, mein Lieber, muss ich das mal sagen. Was kann man denn machen mit Netzwerken? Ja, bei Netzwerken entstehen Synergien, die hinterher für alle zu einer Win-Win-Situation führen können und das ist heutzutage entscheidend.